Das Zentrum lebt! Das Zentrum lebt! Das Zentrum lebt! Das Zentrum lebt! Das Zentrum lebt, ja! Hast du vielleicht nicht so Handschuhe? Weil das... Ja. So, das hab ich nicht. Sonst mach ich's gerne. Die hüpfen ja! Also, das gibt's ja. So! Jetzt kommt noch die Musik! So! So! Na, guck mal! So! Na, guck mal! Sogar der Bus ist jetzt fotogen! Ja! So! 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 Wenn ich jetzt... Wenn ich nach Hause gehe, tu ich die da rein. Die ganzen... Tu ich die da rein stehen! Ja! Ich hab noch mehr zu Hause. Ich hab eine ganze Reihe noch! Äh... Drauf aufpasst! Na, na, sagen... Hah! Danke! Danke! Hahh! Hah! Heute habe ich Zähne geschnitten, Schnittlauch, Knucklauch habe ich gegessen gerade, eine Stange und wir kochen auch draußen und wir werden gleich neue dicke Erdbeeren essen und Mittwoch komme ich auch nochmal. Toll, toll. Ja, Dankeschön. Servus. Geht ein Auto. Und den stelle ich nach oben rein. So, dass man den Auto noch sehen darf. Und nachher wird gegessen und dann singen wir noch ein bisschen. Und dann geht das. Ja, mit wir sehen uns wieder, Kollegen. Komm mal, komm mal, guck mal. Guck mal hier. Ja, hast du rein. Messer jetzt hier. Messer? Lecker. Ja. Hier? Ziem geschnitten, Knucklauch. Eins, zwei, abfahrt. Steine. Ha, ich weiß, was du. Wow, ich würde schon ein Auto. Und Fahrt singt. Eins, zwei, drei, vier. Fahrt singt, Five, Kost. Photo, Kost. Olof. Ford. Der ganze Laden, Kost. Das ist die Geburt der Neuen Marktstraße. Hier gibt's Tassel. Andreas, krass, Digga! Mitsingen! Komm, tanzen wir! Er ist wieder da! Die Marschrosse Lebe! Fisch mit Lebe! Fisch mit Lebe! Fisch mit Lebe! Eizensteiner zu fallen Fisch mit Lebe! Die Fahrt kam wieder da! Die Fahrt kam wieder da! Die Fahrt kam wieder da! Da kommt noch eine kleine Band hin! So eine kleine Band! Dann brauchen wir noch da! Na, ähm... Wer wird... Nein! Da gibt's noch... Die Fahrt kam Ich wohne da oben. Es ist von Montag bis Samstag laut hier. Wir müssen trotzdem den Fernseher lauter stellen, damit wir unseren Fernseher noch verstehen. Aber hier ist ja die Heimat. Wir machen ja hier die Heimat. Der Fernseher könnt ihr auch hier gucken. Ja, stellt den Fernseher aus. Nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Nein, wir wollen zusammen sein. Ja, verstehen Sie schon? Ich weiß auch nicht, wie man euch hier ein bisschen behilflich sein könnte. Na, haben wir falsch gesungen. Haben wir falsch gesungen, aber die Töne nicht richtig getroffen. Lukas, dass ich auch noch mal ein bisschen Sprachunterricht nehme. Nein, 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 Stefan ist ja super. Gesangsunterricht. Gesangsunterricht nehme, Gesangsunterricht. Das ist mein Vater, glaube ich. Achtung, da ist die Frau mit dem Auto gekommen. Ja, komm, fahr. Okay, jetzt fährt er vorwärts. Scheiße. Weg, 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 weg. Vorsicht, 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 Achtung, Achtung. Ich bin noch nie im Bus gefahren. Ich bin noch nie im Bus gefahren. Cool. Wir müssen jetzt die Ratsstraße. Achtung, Achtung. Wir müssen jetzt die Ratsstraße. Achtung. Nicht von hier. 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 Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Auf in den OP. Die Marktstraße braucht eine Herzrückpassage. Nicht von hier. 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 Hallo Stefan. Guten Morgen. Ja? Ja, wirklich? Ja. Wie ist da los? Ja. Ja, ich weiß. Wie geht es dir? Ja. 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 Ja, dann zeig mal. Wir feiern hier. Und ein Theaterstück machen wir dann zusammen. Ja. Ja, Mama. Ja, das hier ist der frühere Glanz, eigentlich. Der frühere Glanz. Der Glanz, wie gesagt, dass der bei uns gebrannt hat. Ja, genau. Ja, das war ganz schlimm. Das war schlimm für mich. Ich konnte nicht da rein, weil alles da voller Blaulicht war, ich konnte nicht mehr nach oben nichts, da war alles kaputt, da war die Katze, die war tot. Ja genau, da sind wir nur hier, hier auf der Marktstraße. Ja, da machen wir hier so ein, wie Theaterstück, machen wir so Filme, reden wir, dann reden wir da drüber und die Marktstraße wird dann von allen Leuten gerettet. Und dann wird es richtig ernst. Wir machen auch lustige Sachen, wir machen nicht nur beteilte Sachen, wir machen auch was Lustiges. Guck, dass die Marktstraße wieder so ein bisschen aufgepäppt wird, das ist eine ganz, ganz, ganz alte, geschichtsträchtige Straße eigentlich und es ist wirklich schade, was draus geworden ist. Ich habe mit euch Spaß, ich habe mit euch, ich konnte nichts Besseres tun, irgendwie sagen, das Essen schmeckt nicht. Wir können einen Kaffee gerne haben und wir haben gerne noch nicht drüber, Bluthochgerät, Bluthochgerät haben wir nicht, oder? Doch, ähm. Äh, 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 einer muss mir helfen, hier bei, ja, einer muss da rein, ah, mit den Armen da, ähm. Vorsicht, nur ein bisschen weiter. Vielleicht noch auf den Tisch. Setzen Sie sich mal hin, vielleicht auch besser. Ah, ja. Gucken Sie auch hier ein bisschen nach oben, dann können wir uns auch besser befestigen, dann muss das selbe nicht so. Bisschen fester. Ja, ja, eine Sekunde bitte. Keine Haare, warte, keine Haare dazu. Wie zum Haaren, nah dran. Ich bin schwer, schwer kranker Mensch, schwer Patient. Kommen Sie, Alfred, noch näher. Ja, Sie haben wohl einen Bluthoch. Wir sehen. Kann ich jetzt nicht so sagen, wie viel der hat. Hauptsache ist überhaupt ein Bluthoch da, ne? Hauptsache lebe ich noch. Ja, 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 ja. Hauptsache lebe ich noch, genau. Ja, die sehen wir auch. Was haben Sie, was haben Sie denn? Achtung, Achtung, es geht wieder runter. Hoffentlich lebe ich noch. Ja, klar. Das hat noch Theaterstil gewesen. Mit deinem Essen. Nein. Zum Arzt oder zum Krankenhaus. Heute noch. Ja, wie viel hat er denn jetzt? Das kann ich nicht sagen. Zu hoch geht. Sie ist eine gute und eine berühmte Arzt für mich. Haben Sie meinen Blutdruck gemessen und haben Sie das erkannt? Dankeschön. Stefan! Wir haben ihn gesund gemacht. Du hast sie gesund gemacht. Wir haben sie gesund gemacht. Ja, ja, ja. Wir haben sie gesund gemacht. Ja, ja. Gesund gemacht, ey. Die Markstraße lebt. Das Zentrum lebt. Hier ist mein ... Dein Zuhause. Mein neues. Meine neuen Leute, die ich gern hab. Andere spüren. Ja, besiegelt. Wenn du zum Montag, Dienstag oder Mittwoch noch mal reinschommst, dann lesen wir mal zusammen. Ja, ich komme. Wie das Nibelungen liebt, ein deutsches Trauerspiel in drei Abteilungen, heißt das ein deutsches Familienkaufhaus in drei Abteilungen. So machen wir das. Ja, das war ja toll. Wie bist du? Ich war auf Toilette. Da haben wir hier so ein Angersnett. Da haben wir hier so ein Blaulicht. Dann lege ich mich sogar auf das Bett. Die ... Du kannst immer sagen, nicht zu viel verraten. Nicht zu viel verraten. Dann ... Wenn ich mich so ... Nee. ... 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 dann geschafft stefan sprich nur ein wort so wird die marktstraße gesund sprich nur ein wort so wird die marktstraße gesund danke lieber gott für deine für deine hilfe was uns vor allem gerettet dankeschön gott ich liebe dich gott für da oben alle leute die hier oben jetzt in den wolken sind und unter da oben egal ich liebe dich gott ich liebe auch andere menschen auch noch genau wie wie mit ihm da der der musiker denn die den 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 mag ich gerne lieber gott und ich möchte so läuft die wort bitte tun wir nicht an dass ich jetzt jemand was die beiden hier verlieren oder jemand anders bitte nicht gott tut mir das nicht an bitte ich will nur ich will nur dass das hier richtig läuft bitte gott ich will dich an dankeschön gott ich verhoff ich verhoff das dankeschön gott amen die neuen folgen die neun folgen die parker steht wieder da steht wieder wo denn steht wieder da hier drauf magis menschen ja mutmann goldmann ja das war alles war alles früher schön ja 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 alles 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 ja genau Fümms, Betten, Bunse. Au, war da unten. Ja, das war ja nur lange. Ja, der Bunse war nur lange. Aber das andere ist ja schon alles ewig weg. Ja, da siehst du mal, was wir Geschäfte hier hatten. Schön, ja, scheiße. Ja, ich war doch mal ein Gedanke, wenn man die Stadt kannte gekriegt hat. Das war Katzmierzak. Ja, das war da rauf, ne? Da, da, da. Nee, ich bin da unten. Da oben war doch noch Hirsch, ne? Hirsch. Gardinen, ne? Ja, Katzmierzak, Kaufhalle, Gummer, Mutmann, ach, der Mutmann, da war der Fotoladen. Die Machtstraße hier zu retten. Ja, richtig. Und um eine Geschichte zu machen. Ach so, eine Geschichte. Und so. Dass die anderen Leute mal erfahren, was die Machtstraße eigentlich bedeutet für andere. Für Oberhausen, oder was die einem bedeutet hat, ne? Genau, da wird hier, da machen wir so eine Szene hier drauf und dann werden wir hier eine Szene machen. Ach so. Und dann werden wir hier, dann werden wir noch, dann werden wir noch Geschichten erzählen und da werden wir noch, da werden wir noch, da werden wir noch hier was anderes machen, dann werden wir noch hier eine Band holen und so. Ach so. Ja, das war schön. Ja, das war schön. Ja. 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 Für die Alteingesessenen. Ja. Ja, ist aber... Für die Alteingesessenen ist das schade. Ja, ist irgendwie... Alles geht raus. Alles geht raus. Ja. Ja. Dann gibt es so ein Pronomen von der Serie, das heißt, das deutsche Familienkaufhaus steht auf uralten Kohle- und Erzvorkommen. Das chinesische Pflaster, von der Zeit mitgenommen, von der Zeit mitgenommen und vom Schritt der Bergleute, die hier, früher, nicht heute, von unter Tage heil zurückgekehrt auf der Ausgehmeile vom Ruhrgebiet mit Hieb und Lieb und Lieb die Abendschule. Ja. Totschlugen. Schön. Mein Gott. Das ist so eine... Ja. Das ist ja alles, sagen wir mal, Kindheitserinnerungen. Ja. Ja, ja, ja. Ich weiß ja noch. Früher war die Straßenbahn. Ja, die Straßenbahn, die hier hervor. Auch. Und meine Mama hat immer im Fenster gelegen und ich durfte da nicht raus, wenn die Bahn kam. Bin immer mit der Bahn übergerannt und nicht nach Regenert. Alles so Erinnerung. Zehn Pfennig hatte das damals gekostet. Da konnte man fahren bis nach Essen rein, die Straßenbahn. Butter, Eiche. Ja, richtig. Butter, Eiche. Ja, gut. Gestern fürs Weiche. Heute Leiche. Brüter, Recker, Balke, Möbel, Blei. Pause. Vorbei. Russland! Heffensinnerein! Herren Bekleider Bremse! In der Klemm'ja. Ja. Geschlossen Stöckwand von Klotzte von Puch. Ist das der Marktstraßenflug. Großes Gnade jetzt! 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 Großes Gnade! Großes Gnade jetzt! Großes Gnade jetzt!